Musik Im Fassaden- und Designstudio präsentieren unsere Partner und WIKONA die neuesten Innovationen. Gerade im Fokus auf unsere Zielgruppe der Architekten, Planer und Investoren bieten wir den Dialog, um direktes Feedback zu bekommen. Gleichzeitig lassen sich Entwicklungen und neue Trends diskutieren. Musik Das Besondere für uns an diesem Standort Frankfurt, das Nextstudio zu haben und gemeinsam mit unseren Partnern quasi eine Plattform anzubieten, ist mit unseren Kunden, den Metallbauern intensiv in Gespräche zu kommen, welche Produktentwicklungen, welche Lösungen noch mehr gefordert werden, um eben für den Metallbau Lösungen zu präsentieren, die vom Architekten, vom Planer entsprechend gewünscht, gefordert und umgesetzt werden können. Das heißt, wir wollen hier am Standort Frankfurt eine Dialogplattform bieten für den Metallbauer, um relativ frühzeitig in Projekten mit Planern und Architekten Diskussionen zu befördern, die eine schnellere Umsetzung der Ideen, aber auch viel mehr neue kreative Ideen in den Bauprozess und in die Gebäudehülle bringen können. Musik Als Partner im Next zu sein, am zentralen Standort Frankfurt, bietet natürlich für alle Protagonisten entscheidende Vorteile. Wir können hier vor Ort den Architekten, Planern sowie auch dem Bauherrn unsere Produkte vor Ort zeigen, präsentieren und so ein ganz anderes Erlebnis für unsere Produkte auch starten. Musik Ich finde gut, dass Firmen sich zusammentun, um ihre Produkte zu zeigen, um ihre Ideen zu zeigen. Und ich finde auch gut, das zu tun als offenes Forum, um Studenten, Ausführende, Planer zu finden. Und ich finde vor allen Dingen gut, dass es eben mehrere Firmen sind. Musik Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Ich finde es super, dass man hier das nochmal sich nah anschauen kann, anfassen kann. Es gibt so viel Auswahl von den Fenstern bis zur Fassade und dass auch die Gewerke so zusammentreffen, dass man die Produkte alles nah erlebt. Es ist super. Musik 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 Musik